Im Herzen der Südwestpfalz liegt Zweibrücken. Die Bezeichnung Rosenstadt verdankt Zweibrücken seinem populären Rosengarten. Hier kann man im Frühsommer die Schönheit von blühenden Rosen genießen. Zweibrücken besitzt gute Verkehrsanbindungen und ist auch über seinen Flughafen schnell zu erreichen. In der Nähe des Flughafens liegt das Outlet Center. Das Outlet Center bietet gute Einkaufsmöglichkeiten und kostenlose Parkplätze. In der Innenstadt Zweibrücken liegt das Herzogschloss, welches heute als Sitz des pfälzischen Oberlandesgerichtes dient. Die Fußgängerzone bietet zahlreiche Geschäfte. Zweibrücken hat ein vielseitiges Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Hier in Zweibrücken hat die Fachhochschule Kaiserslautern Standard Zweibrücken ihren Sitz. An der Fachhochschule in Zweibrücken kann man sein Studium im Bereich Informatik, Mikrosystemtechnik oder Betriebswirtschaft absolvieren. Ein Studiengang aus der Betriebswirtschaft ist Finanzdienstleistungen. Die Vorlesungen finden in hellen, freundlichen Räumen statt. Mit Problemen oder Fragen kann man sich immer an die Professoren wenden. Es gibt moderne Hörfühle sowie für die Studenten bereitgestellte Räume, in denen sie sich zum Lernen oder zum Bearbeiten von Übungsaufgaben treffen können. Die umfangreich ausgestattete Bibliothek bietet kostenloses Material, um den Lernstoff zu vertiefen. Im Campus gibt es zahlreiche günstige Wohn- und Parkmöglichkeiten. In der Mensa wird den Studierenden für wenig Geld eine reiche Auswahl an Speisen und Getränken getroffen, um sich zwischen den Vorlesungen zu stärken. In ihrer Freizeit können die Studenten sich auf der campus-eigenen Sporteinlage oder im Fitnessraum sportlich betätigen oder in der Sternwarte einen genauen Klick in die Sterne werfen. Mit regelmäßigen Veranstaltungen und Events sorgt die Kneipe Kontrastbühne für weitere Unterhaltung.